Ja, es wird wieder Zeit für ein AppSumo Lifetime Deals Video, genauso wie jedes Monat. Aktuell muss ich sagen, gibt es wieder mal eine Auswahl an wirklich sehr vielen, sehr interessanten Tools. Ich habe einige getestet und werde die besten Tools des Monats in diesem Video hier vorstellen. Für alle, die neu sind auf diesem Kanal, AppSumo ist eine Plattform, wo es eben unzählige Tools zu kaufen gibt, aus den verschiedenen Kategorien, Business, KI-Tools, Projektmanagement, Zeitmanagement und so weiter. Da gibt es eben wirklich verschiedenste Tools. Sehr vieles kann man eben auch im Business nutzen, mache ich eben auch so. Und die Besonderheit ist eben, dass es auf AppSumo ausschließlich Lifetime Deals gibt. Das heißt, einmal bezahlen und für immer nutzen und es gibt auch eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also man kann auch völlig risikolos kaufen. Wenn dir ein Tool nicht gefällt, dann kannst du den innerhalb von 60 Tagen mit einem Klick stornieren und bekommst dein Geld wieder zurück. Ich habe mir 10, 11 aktuelle Lifetime Deals genauer angesehen und die 5, 6 besten Deals möchte ich dir in diesem Video vorstellen. Ich würde sagen, wir reden jetzt nicht lange herum, sondern starten los mit Deal Nummer 1. Wie immer findest du alle Deals, die ich hier vorstelle, direkt unter dem Video. Also in der Videobeschreibung sind alle Tools und Deals verlinkt. Und starten möchte ich mit dem ersten Lifetime Deal des Monats und zwar mit ChatPlayground AI. Bei ChatPlayground AI handelt es sich um einen KI-Assistenten, wie ich schon mehrere vorgestellt habe. Zum Beispiel, ja vor circa oder vor ein paar Monaten hatte ich Merlin AI vorgestellt. Ein unglaublich guter KI-Assistent. Letztes Jahr hatte ich Voiler vorgestellt, auch ein extrem gutes Tool. Und auch Triplo AI hatte ich vorgestellt. Also falls du einen dieser KI-Assistenten bereits nutzt, dann wirst du ChatPlayground AI nicht benötigen. Ich habe es mir trotzdem gekauft, einfach auch aus Interesse und einfach um diese Tools direkt zu vergleichen. Ich möchte das jetzt kurz vorstellen. Und zum Vorstellen können wir auch gleich hier auf dieser Seite bleiben. Wie gesagt, es handelt sich um einen KI-Assistenten. Das heißt, du hast die GPT-Technologie von OpenAI, aber auch andere LLMs überall dort zur Hand, wo du gerade bist. Und zwar kannst du einfach mit einem Shortcut oder eben mit diesem Icon hier auf der Seite dieses Tool starten. Und dann hast du direkt auf der Webseite, wo du gerade bist, eben einen KI-Assistenten. Kennt man auch so von den anderen Tools. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen, weil ich ein bisschen verkühlt bin. Und ich könnte hier jetzt zum Beispiel sagen, der Toggle ist hier an. Use Page Content. Also das heißt, er hat den Kontext der Seite bereits. Und dann könnte ich jetzt einfach sagen, fasse mir das kurz in Deutsch zusammen. Und dann würde er mir von dieser Seite ja eine Zusammenfassung erstellen. Also was jetzt ChatPlayground.ai ist und so weiter, ist ein Tool, das die neuesten KI-Modelle nutzt, um komplexe Informationen aus YouTube, Dokumentationen und Webseiten zu kondensieren. Es bietet folgende Funktionen, bla 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 bla. Ja, also genau. Eigentlich könnte ich die KI schon das Tool vorstellen lassen. Müsste da nicht selber sprechen. Man kann sich das dann auch vorlesen lassen. Und ich habe ja den Vergleich zu vielen anderen KI-Assistenten. Und ich muss sagen, ChatPlayground.ai finde ich gut. Gut, es gibt aktuell auch noch zwei andere, glaube ich, auf AppSumo zu kaufen. Aber ChatPlayground.ai möchte ich ja hier als Lifetime-Deal präsentieren in diesem Monat. Der Grund ist, ChatPlayground.ai hat ein paar Vorteile. Und zwar, du kannst hier das Sprachmodell wechseln. Also GBT4O, Gemini 1.5 Pro, Cloud 3.5 Sonnet ist auch sehr empfehlenswert. Und auch Perplexity ist mit an Bord. Also das ist wirklich interessant. Was ebenfalls eine tolle Funktion ist, ist, und das kenne ich von den anderen KI-Assistenten so nicht. Hier unten steht Screenshot. Wenn ich da draufklicke und dann würde ich jetzt zum Beispiel irgendwo einen Screenshot machen. Und dann könnte ich sagen, was steht auf dem Bild. Ganz simpel. Und dann sagt er mir hier, das Bild zeigt das Logo und den Namen ChatPlayground. Der AI im Hintergrund ist das und das, bla bla bla. Ja, sogar Perplexity und so weiter. Also die KI-Sprachmodelle hat er erkannt. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Das ist einfach die Vision-Technologie von OpenAI, die man auch so kennt, wenn man jetzt bei ChatGPT ein Bild hochlädt und so weiter. Aber ich finde es halt unglaublich praktisch, dass es hier verknüpft ist mit einer Screenshot-Funktion. Das heißt, ich muss nicht erst das Bild runterladen. Oder wenn ich jetzt ein Bild analysieren möchte. Oder eine PDF zum Beispiel, wo der Text nicht als Text ist, sondern wo die Dokumente gescannt sind. Dann kannst du den Text ja nicht kopieren und so weiter. Oder die KI kann den Text nicht lesen. Aber du kannst einen Screenshot machen und kannst dann die Vision-Technologie nutzen. Und wie gesagt, das ist ja jetzt nichts Neuartiges. Aber was eben neuartig ist, ist, dass du es hier so fein als Screenshot eben nutzen kannst. Das ist wirklich praktisch. Denn ansonsten müsste ich ja selber vorher einen Screenshot machen, das runterladen, dann hier reinladen und so weiter. Und diese ganzen Zwischenschritte sparst du dir. Dann obendrein hat ChatPlayground AI noch weitere interessante Funktionen. Und zwar, du kannst hier auf Playground klicken. Dann würde sich das in einem eigenen Fenster sozusagen öffnen. Es ist keine Web-Version per se, sondern wir sind immer noch in der Browser-Erweiterung. Aber es wird eben, ja, über das ganze Fenster geht es halt dann eben. Und das Interessante ist, hier kannst du mehrere KI-Sprachmodelle, mehrere LLMs gleichzeitig nutzen. Also ich kann hier verschiedenste wählen. Habe hier mal, ja, GPT-4O, Gemini 1.5 Pro, Cloud3 Sonnet und Perplexity. Jeweils mit Web-Access. Perplexity brauchst du nicht an- oder ausschalten, weil Perplexity hat ja sowieso Web-Access. Und dann könnte ich jetzt zum Beispiel einfach sagen, wer ist Robert Leitinger? Bauen wir es noch aus. Ich sage mal, schreibe einen Blog-Beitrag über Robert Leitinger mit Formatierung, also H1, H2, Tabellen, Fettschreiben. Okay, ist ja egal. Einfach mal nur zur Demonstration. Und jetzt wird das gleichzeitig ausgefüllt in diesen vier LLMs. Und du siehst, er hat auch aktuelle Daten. Also das, was er hier schreibt, das stimmt auch, weil er sich das einfach, weil er sich die Quellen eben rausgezogen hat. Die Quellen werden hier auch angegeben. Ja, und dann kannst du eben gleichzeitig von mehreren LLMs gleichzeitig nutzen. Das ist eine großartige Sache. Es gibt dann auch hier noch eine Funktion, die Mixture AI. Ich kannte das tatsächlich vorher nicht. Da kannst du eben auch eine KI-Antwort generieren lassen von mehreren LLMs. Und gleichzeitig kannst du dir dann mit Mixture AI sozusagen eine perfekte Antwort generieren lassen, die eine Mischung aus diesen vier generierten Antworten ist. Das ist etwas ganz Neues. Das habe ich jetzt auch noch nicht im Detail getestet, ob da die Output-Qualität dann wirklich besser ist. Aber das ist jedenfalls sehr, sehr interessant. Des Weiteren, weil es ja eine Browser-Erweiterung ist, kannst du natürlich immer mit Text interagieren. Also ich muss jetzt nicht die ganze Seite nehmen. Ich kann jetzt einfach irgendeinen Text markieren, kann dann rechte Maustaste. Und dann habe ich es hier auch im Kontextmenü. Man sieht, ich habe auch noch andere Assistenten hier aktiviert. Aber jetzt gehen wir auf ChatPlayground.ai und dann hast du hier eben verschiedene Prompts. Du kannst dir auch eigene Prompts abspeichern und diese dann mit einem Klick anwenden. Ich sage jetzt mal Key Takeaways und dann siehst du einen Nachteil, den ich entdeckt habe. Und zwar die Zusammenfassung ist auf Englisch. Und das ist eine Sache, die mich etwas stört. Und zwar natürlich, du kannst es in allen Sprachen nutzen. Aber die Prompts, die da schon vorgespeichert sind, die sind alle auf Englisch. Und du kannst nicht generell zum Beispiel als Standard- oder Systemsprache Deutsch einstellen. Es gibt aber da einen Workaround, wie man das beheben kann. Und zwar, wenn man auf die Einstellungen geht und da siehst du hier diese Prompts. Da kannst du eben deine eigenen Prompts hinzufügen. Da kannst du dann auch einfach sagen, ja, schreibe in Deutsch. Oder wenn ich, wie hier jetzt diese Prompts, die ich gerade gezeigt habe, zum Beispiel Key Takeaways. Wenn ich hier bei Key Takeaways auf Edit klicke, kann ich den Promptnamen umändern. Und hier unten ist der Prompt. Und dann steht hier Read the following text and identify the Key Takeaways in the List Format. Und dann könnte ich einfach dazu schreiben Write oder Answer in German. Das wäre ein einfacher Workaround. Dann würde er dir in Zukunft einfach auf Deutsch antworten. Und ansonsten, wie gesagt, antwortet er dir sowieso in der Sprache, mit dem du Instruktionen gibst und so weiter. Aber ich kenne es nur aus Merlin AI, einer meiner Lieblings-KI-Assistenten. Da kannst du einfach standardmäßig auf Deutsch umstellen. Und wenn du dann Prompts nutzt, auch vorgespeicherte Prompts zum Beispiel, dann wird dir der Output immer in Deutsch generiert. Des Weiteren gibt es hier noch weitere Funktionen. Also du kannst hier Dokumente einfach hochladen, mit Dokumenten chatten. Du kannst hier auch mit YouTube Videos chatten. Also ich könnte ein Video von mir eingeben, kann dann zu diesem Video einiges fragen, mir eine Zusammenfassung schreiben lassen. Also im Grunde Chat Playground AI hat so diese Funktionen, die man auch von anderen KI-Assistenten kennt. Mit den Highlights, dass du verschiedene LLMs wählen kannst, verschiedene LLMs gleichzeitig nutzen kannst. Mit dieser sehr praktischen Screenshot-Funktion. Und mit dem Nachteil, dass du nicht die Systemsprache automatisch auf Deutsch umstellen kannst. Allerdings mit Workaround. Schauen wir kurz zur Deal-Seite zurück. Aufs Pricing. Und das ist sehr, sehr simpel. Ich würde hier, wenn du dich wirklich dafür interessierst, eher den License Tier 2 empfehlen. Der Grund ist, hier kannst du auch deinen eigenen, ja zum Beispiel OpenAI API Key einfügen, wenn du über die Limits hinausgehen möchtest. Ansonsten hast du hier einfach 600 Eingaben pro Monat. Genau. Also wenn du einmal was abschickst, das zählt als eine Eingabe. Ganz egal auch, wie lange der Output ist und so weiter. Ach Jan, was ich vergessen habe, JetPlayground.ai kann auch Bilder generieren, wie mittlerweile die anderen KI-Assistenten auch. Dazu gehen wir wieder in den Playground hinein. Und dann haben wir hier Image Generation. Und dann kann man hier ganz simpel Bilder generieren. Ich sage jetzt mal einfach, Woman Drinking Beer in a Bar. Dann kann ich hier bei den Presets noch einen Stil wählen. Ich nehme jetzt Bokeh und dann einfach Generate Image. Ja, und das wäre dann das Ergebnis. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, wobei die Finger, ja die Finger sind wieder mal ein bisschen Blödsinn. Aber ganz schlecht ist es nicht. Grundsätzlich muss ich sagen, ich bin jetzt nicht übermäßig begeistert von dem KI-Bildgenerator oder von dieser Bildgenerierungsfunktion. Denn du hast keine weiteren Optionen. Du kannst nicht mal das Format ändern. Du hast keinen Upscaler und so weiter. Ich persönlich bin ja ein großer Fan von KI-Bildern. Nutze die auch in meinem Blog, KI-generierte Bilder. Aber ich greife da eben lieber wirklich zu vollwertigen KI-Bildgeneratoren. Ich nutze und empfehle auch immer wieder gerne Supermaschine. Auch dafür gibt es einen Lifetime-Deal. Ja, in Supermaschine hast du jetzt auch die Flux-Technologie drinnen. Du kannst eben Formate auswählen. Du hast viel mehr weitere Funktionen. Genau, also nur so ein kleiner Abschweifer. Aber ich denke, Supermaschine verlinke ich dir auch nochmal unter dem Video. Ansonsten, wie gesagt, Chatplayground.ai schaust dir gerne an. Sehr interessantes Tool. Aber wie gesagt, wenn du schon einen KI-Assistenten hast, kannst du dir dieses Tool eigentlich sparen. Den nächsten Deal, den ich vorstellen möchte, und das halten wir kurz, weil dieser Deal ist tatsächlich sehr selbsterklärend. Das ist Persona Music. Persona Music hatte ich schon mal vorgestellt. Und das ist, glaube ich, mindestens eineinhalb Jahre her. Zu diesem Zeitpunkt war Persona Music das erste Mal als Lifetime-Deal auf AppSumo. Dort habe ich es gekauft. Ich habe es nicht bereut. Und jetzt wird es wieder auf AppSumo angeboten. Was ist Persona Music? Das ist einfach eine Plattform, wo du Soundtracks, Musiktitel etc. herunterladen und nutzen kannst für verschiedene Projekte. Zum Beispiel könnte ich es nutzen, wenn ich Hintergrundmusik hier in meinen YouTube-Videos nutzen wollen würde. Das mache ich meistens nicht, weil ich versuche immer, informative Videos zu machen, finde Musik meistens störend. Aber wenn du da verschiedene Projekte hast oder wenn du generell Dinge mit Videos machst, ist das wirklich eine gute Quelle für Musik, für lizenzfreie Musik, die du nutzen kannst. Und eine Besonderheit, Persona Music wird tatsächlich auch in Hollywood-Produktionen eingesetzt. Und die Qualität ist richtig, richtig gut. Du kannst hier auch einfach mal auf die Webseite gehen und dir einige Soundtracks mal anhören. Das mache ich hier jetzt im Video nicht. Ich möchte hier kein Musikvideo machen. Du kannst hier dann auch Filter eingeben. Du kannst nach Musik filtern, nach Genre filtern, nach Stimmung, also Moods filtern und hast hier wirklich interessante Tracks und Soundtracks. Bei Persona Music ist nur wichtig beim Deal, dass du wirklich den Deal kaufst, der dann die Lizenz mitbringt, die du benötigst. Denn Persona Music kannst du tatsächlich bereits ab 29 Dollar kaufen. Aber damit du es wirklich überall nutzen kannst, brauchst du mindestens den License Tier 2 um 59 US Dollar. Ist auch noch sehr billig, Einmalzahlung und kannst dann wirklich erst dann tausende Songs und Tracks, die du dann einfach live dann auch nutzen kannst. Aber dann kannst du es eben auch bei, wenn du jetzt Werbevideos machen würdest, wenn du für Kunden was machen würdest, für kommerzielle Zwecke und alle Online Plattformen kannst du es nutzen. Ich glaube, hier kannst du es wirklich nur für YouTube und so weiter nutzen. Und hier kannst du es wirklich für alle Online Plattformen nutzen. Und ab dem Tier 3 hast du dann auch eine Sound-Effekte-Library, also auch die ist erst hier integriert. Inklusive, was neu dazugekommen ist, die AI-Searches. Aber das habe ich ehrlich gesagt noch nicht mal ausprobiert. Den Link zu diesem Live-Time-Deal findest du natürlich auch unter dem Video. Der nächste Deal, den ich vorstellen möchte, das ist LuisBot. Und dieser Deal ist meiner Meinung nach underrated. Er hat bis jetzt nur zwei Bewertungen und im Durchschnitt eben nur drei von fünf Sternen. Aus diesen zwei Bewertungen. LuisBot ist ein Chat-Widget sozusagen, das auf der Webseite aufklappen kann, das du dann auch mit KI und so weiter vortrainieren kannst. Aber es hat eine Besonderheit und gar nicht jetzt so sehr diese KI-Funktion, dieses Chat-Widget sozusagen, sondern es gibt eine andere Funktion bei LuisBot, was der Grund ist, warum ich diesen Deal interessant finde und was der Grund ist, warum ich den Deal auch empfehle und ich ihn auch für mich selber gekauft habe, beziehungsweise hatte ich einen ähnlichen Deal schon mal gekauft. Und zwar, das ist dieses Video-Pop-Up-Widget. Also hier sieht man es eigentlich eh schon ganz gut in dieser Grafik. Also du kannst hier so ein Pop-Up machen, wo du ein kurzes Video, wo du was einsprichst und dann kannst du da so Links, also Buttons mit Links sozusagen in das Video einfügen. Und ich weiß, dass genau diese Dinge eben sehr gut auf Webseiten konvertieren. Sei es jetzt, du bietest Dienstleistungen an oder auch Produkte etc. Also wenn du eine Webseite hast und gewisse Leistungen oder Produkte anbietest, kann es sich wirklich lohnen, so ein Video-Chat-Widget einzufügen. Wie gesagt, du könntest alternativ auch einfach ein reines Chat-Widget einfügen, ein Text-Chat-Widget und so weiter. Da gibt es ja, hat es ja auch viele Tools gegeben, habe ich auch einige Deals auch vorgestellt. Zum Beispiel Chatbase und auch Retune. Das waren alles Lifetime, die es hier auf AppSumo. Aber hier dieses Video-Pop-Up-Feature, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und wir schauen uns das jetzt noch mal kurz an. Und zwar einfach hier auf der Webseite. Man sieht es hier rechts unten in der Ecke. Da sieht man eben so eine Vorschau von dem Video, wo diese sympathische Frau hier zuwinkt. Und wenn ich, also ich mache es mal ein bisschen größer. Und wenn ich hier draufklicke, dann öffnet sich dieses Video-Pop-Up. Sie beginnt zu sprechen. Ein kurzes Video, ein paar Sekunden. Und dann hast du hier eben diese Buttons. Da kannst du draufklicken und so weiter. Also das heißt, wenn du jetzt eine Dienstleistungs-Webseite hast und du hast vielleicht verschiedene Dienstleistungen, dann könntest du wirklich auch so ein kurzes Video-Widget einbauen und dann zu den wichtigsten Leistungen. Oder zum Beispiel hier kannst du Kontakt aufnehmen, hier das, hier das und so weiter. Und das konvertiert einfach richtig, richtig gut. Gerade für Dienstleister ist es ja wichtig, weil Menschen kaufen ja von Menschen. Und mit so einem kurzen Video kann man da eben auch gleich so ein bisschen eine Verbindung sozusagen herstellen. Und genau deswegen finde ich diese Video-Widget-Funktion mit Links im Video sehr, sehr interessant. Das Interface sieht so aus, sehr aufgeräumt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel etwas Neues erstellen wollen würde, also ich bin hier jetzt bei mir eingeloggt, dann gehe ich hier einfach auf Create New Chatbot und dann sieht man hier die Auswahlmöglichkeiten, die man hat. Also reiner Text-Chatbot, wie ich es schon angesprochen habe. AI Ready to Use, das sind so vorgefertigte Bots und so weiter. Ich habe mir die anderen Funktionen, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht im Detail angesehen, weil mich interessiert wirklich hauptsächlich bei diesem Tool dieses Video-Widget. Und das ist jetzt gar nicht so viel KI-Funktionalität drunter, aber wir gehen es kurz durch. Also das funktioniert so, ich gebe irgendeinen Namen ein. Ich wähle hier Video-Pop-Up. Dann sage ich hier Blank Video-Bot. Gehen wir weiter und dann kannst du auch verschiedene, ja so kleine Automatisierungen, wenn man dann da klickt, kommt man da hin und so weiter. Hier könnte ich jetzt ein Video uploaden. Da ich kein Video habe, nehme ich jetzt einfach dieses hier. Und dann könnte ich hier einfach, ich mache es mal größer fürs Video, dann könnte ich hier einfach Add a Button, Add a Link und so weiter. Da kann ich hier einen Link einfügen, kannst du irgendwo hin verlinken. Also sehr, sehr simpel. Und dann kannst du es dir hier, also Show Live Test und dann siehst du, wie das so in der Vorschau schon mal aussehen würde. Hier haben wir jetzt noch keine Links und so weiter eingefügt, sonst würde das hier erscheinen und so weiter. Natürlich Video habe ich jetzt auch kein eigenes hochgeladen. Ich glaube, du könntest sogar einfach nur die Kamera starten. Ja genau hier Open Camera Webcam oder eben ein vorab aufgenommenes Video sozusagen hochladen. Ja und so simpel funktioniert das. Dann kannst du sagen Save and Publish. Dann kannst du es hier auch nochmal weiter anpassen. Also hast hier verschiedene Optionen, um das eben noch anzupassen oder eben eine Nachricht noch einzufügen. Also ich finde das Tool eigentlich sehr gut. Hier das Logo entfernen auch mit einem Klick, weil hier steht noch LuisBot. Wenn du das weghaben möchtest, aktivierst du das hier. Gibt es aber erst ab einem höheren Tier. Ich glaube, ich habe mir hier den Tier 3 geholt und Open by Default oder dass es klein sein soll und so weiter. Also gefällt mir eigentlich gut. Schauen wir nochmal kurz zurück zur Deals-Seite. Genau, also ab den Leistung Tier 2 kannst du hier auch das Remove Powered by LuisBot nutzen. Das heißt, wenn du es wirklich ernsthaft nutzen möchtest, müsstest du hier Tier 2 auf jeden Fall wählen. Ansonsten ist es natürlich, die Limits werden halt höher. Also im Tier 3 hast du die höchsten Limits und auch wie viele verschiedene Chatbots du erstellen kannst. Also hier beim Leistung Tier 2 könntest du eben 10 Pop-Up Video Chatbots erstellen, 10 Chat Widgets erstellen. Ja, also das ist LuisBot. Würde sagen, schauen wir zum nächsten Deal. Der nächste Deal, den ich vorstellen möchte, das ist IKI AI, also wieder ein KI-Tool. Derzeit gibt es sehr viele KI-Tools auf AppSumo. Und das ist durchaus ein sehr, sehr interessantes Tool, vor allem für Research. Du kannst dir damit eine Wissensdatenbank zu verschiedensten Themen machen. Du kannst es als KI-Notizblock nutzen für verschiedene Einsatzgebiete. Also extrem gut geeignet, sowieso für jeden, der etwas neu lernen möchte zum Beispiel. Aber du kannst es natürlich auch für andere Dinge nutzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, so wie ich, ich mache sehr viel Content, ich bin Blogger, ich kann es ja auch nutzen, einfach um verschiedene interessante Quellen zum Beispiel zu einem Thema, wo ich einen Beitrag schreiben möchte, dass ich mir das da reingebe in IKI AI. Und dann habe ich hier eine Knowledge Base und kann mir da Fragen beantworten lassen, kann mir da was schreiben lassen und so weiter. Ich würde sagen, wir schauen am besten einfach gleich direkt ins Tool hinein. Wenn ich hier links zum Beispiel auf Library gehe, dann sieht man einfach, dass ich testweise schon einige Inhalte hier reingezogen habe. Du kannst hier Webseiten-URLs reinziehen, dann wird dieser Content hier gespeichert. Du kannst hier PDFs hochladen, kannst auch Text manuell oder Notizen hinzufügen. Und das ist eben eine gute Sache. Und zwar, du kannst sozusagen Collections erstellen. Also zum Beispiel hier Robert Test, wenn ich da draufklicke, das ist eine Collection, wo ich mehrere Inhalte sozusagen hineingeladen habe. Und dann könnte ich mit diesen Inhalten chatten. Da habe ich einfach von meiner Webseite mal ein paar Inhalte hineingeladen. Oder IKI Onboarding ist auch eine Collection aus verschiedensten Informationen zu IKI selbst sozusagen. Und das Ganze funktioniert relativ simpel. Das heißt, du kannst hier einfach auf Add Node zum Beispiel, dann könnte ich jetzt hier irgendwas reinschreiben, kann auch verschiedene Sprachmodelle, GPT-4O-Mini, GPT-4O und Cloud 3.5 Sonnet. Oder ich könnte hier auf Plus klicken, kann dann hier URLs einfügen, die ich hinzufügen möchte. Oder ich klicke auf Uploads, kann dann PDF-Dateien, CSV- oder Textdateien hochladen. Und das macht IKI eben noch praktischer. Und zwar, es hat auch eine Chrome Extension zusätzlich. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo bin, kann ich einfach auf die rechte Maustaste klicken und dann hier im Kontextmenü Save to my IKI draufklicken. Dann dauert das kurz und dann ist es schon in IKI drin. Das heißt, wenn ich dann zurückgehe in mein Dashboard von IKI, dann siehst du, dass ich das hier eben hinzugefügt habe. Da siehst du eben die ganze Seite und ich könnte jetzt damit chatten oder eine Frage stellen. Ich könnte zum Beispiel fragen, was ist IKI AI? Und dann würde er mir hier eine Antwort generieren, die eben auf dieser Quelle basiert. Und wie gesagt, du kannst eben Kollektionen erstellen. Das heißt, du kannst zu einem Thema viele Quellen reingeben, auch PDFs, auch mehrere URLs und kannst dann innerhalb dieser Kollektion diese, ja, das eben nutzen sozusagen. Was sehr praktisch ist, bei PDFs würde dir sogar die Seitenanzahl der Quelle und so weiter geben. Und ich könnte dann diese Antwort auch Copy to Clipboard oder ich könnte diese Antwort auch hier speichern bei den Notizen. Wenn ich dann zu den Notizen gebe, hätte ich hier diese Antwort gespeichert. Also das ist wirklich sehr gut, wenn du jetzt zum Beispiel, auch wenn du eine Facharbeit irgendwo schreibst und so weiter. Oder wenn ich jetzt irgendwie den besten Blogbeitrag zu einem Thema schreiben möchte und ich hole mir vorher die Quellen rein, dann kann ich hier dieses KI-System nutzen, um mir einfach viele wertvolle Informationen für meinen Inhalt sozusagen zu extrahieren. mir hier gleich Notizen zu machen, habe dann wirklich auch, ich könnte mir von den AI-Copilotern auch was schreiben lassen, basierend auf diesen Notizen hier drinnen. Und eben, du hast eben Cloud3, Sonnet, GPT-4O, GPT-4O-Mini und so weiter. Also ich finde, das ist wirklich ein sinnvolles Tool. Schauen wir nochmal kurz zurück zum Pricing. Genau, auch Video Transcriptions kannst du machen, also auch YouTube-Videos und so weiter, wo du dir das Transkript dann abspeichern kannst als Information in deiner Knowledge Base. Und dann einfach hier, wie viele Abfragen pro Monat du machen kannst. Das ist sozusagen das Limit von dem Deal. Ich habe mir hier einfach, glaube ich, nur den Zweier-Deal geholt, weil da hast du dann schon unlimitiert viele Abfragen. Und ich könnte sogar noch zwei weitere User neben mir anlegen. Das heißt, dieser Zweier-Tier hat mir absolut gereicht. Wenn du es vielleicht nur hin und wieder nutzt, dann reicht vielleicht auch der Einser-Tier. Da kannst du halt 200 Abfragen pro Monat machen. Aber ich denke, mit dem Zweier-Tier bist du da wirklich auf der sicheren Seite. Also IKI finde ich interessant, finde ich gut. Link zum Deal unter dem Video. So, der vorletzte Deal, den ich vorstellen möchte, ist ViewFlip. Und das halten wir kurz. Und ich bin auch so ehrlich und muss dazu sagen, dass ich ViewFlip selbst nicht gekauft habe. Aber es ist einfach eine Alternative zu TeamViewer, also dass man auf einen anderen Computer Remote-Zugriff sozusagen hat. Ich habe mir das Tool angesehen, den Deal wie gesagt nicht gekauft, denn ich brauche das eigentlich selten, dass ich auf einen anderen Computer zugreife. Und wenn, dann habe ich da eben TeamViewer. Aber die Sache, die mir bei ViewFlip gut gefällt, und das möchte ich gleich vorwegnehmen, ist, dass es sich dabei um eine deutsche Firma handelt. Genau, ViewFlip GmbH aus Berlin, das heißt eine deutsche Firma. Man braucht sich also auch gar keine Gedanken machen bezüglich DSGVO, Datenschutz und so weiter. Und eben eine Lifetime-Alternative zu TeamViewer von einer deutschen Firma auf AppSumo ist für mich Grund genug, um das auch hier ins Video mit aufzunehmen, auch wenn ich es nicht selber getestet habe. Die Bewertungen sind sehr gut. Ich glaube, eine Vier-Stern-Bewertung und die restlichen waren eben Fünf-Stern- beziehungsweise Fünf-Taco-Bewertungen, wo viele eben geschrieben haben, dass es einfach eine extrem gute Alternative oder Replacement, also ein extrem guter Ersatz für TeamViewer ist. Natürlich für Windows, MacOS und so weiter, auch mit den besten Sicherheitsstandards. Ich habe mir den Deal schon im Detail eben angesehen, durchgelesen, Bewertungen durchgelesen und auch auf der Webseite durchgesehen, nur wie gesagt, selbst gekauft und benutzt habe ich ihn nicht. Link zu ViewFlip unter dem Video und jetzt kommen wir zu meinem kleinen Highlight-Deal des Monats. Und mein Highlight-Deal in diesem Monat ist Video2Blog. Video2Blog macht genau das, was der Name schon sagt, ist wieder ein KI-Tool und viele werden jetzt sagen, oh, das klingt jetzt aber nicht so spannend, beziehungsweise da gibt es ja unzählige Tools, die das auch können. Video2Blog ist einfach ein KI-Tool, wo du ein Video hochladen kannst oder einfach die URL von einem YouTube-Video eingeben kannst. Und es wird dir daraus ein Blogpost erstellt. Und halt, falls du jetzt sagst, ja gut, das können aber andere Tools auch und auch Merlin.EI, was ich vorgestellt habe, da kannst du dir YouTube-Videos zusammenfassen lassen und dann mit einem Klick kannst du dir daraus einen Blogpost generieren lassen und so weiter. Das heißt, so ein Tool, was nur eine kleine Funktion hat und warum stelle ich das jetzt extra vor. Der Unterschied ist, wie gesagt, ich habe das ja schon bei vielen Tools probiert, aber die Qualität von Video2Blog ist richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, was die anders machen, aber die machen etwas anders. Die Qualität, die man hier rausbekommt, ist deutlich besser als alles andere, das ich getestet habe. Wie gesagt, besser als die Funktion innerhalb von Merlin.EI, besser als irgendein GPT in ChatGPT Plus, besser als Blogify. Das war auch mal ein Lifetime-Deal, wo du eben das umwandeln konntest. Ich weiß nicht, was die machen, aber die Qualität ist richtig gut. Ich bin jetzt in meinem Dashboard eingeloggt. Das ist super simpel. Du hast hier nur ein paar Funktionen auf der linken Seite, aber du hast ein paar wirklich sinnvolle Funktionen. Und das Einzige, was ich jetzt eigentlich machen kann, du siehst, ich habe hier auch schon was umgewandelt. Ich zeige dir dann auch gleich einen Blogpost, der bereits live ist auf meinem Blog, den ich mit diesem Tool zum größten Teil erstellt habe. Aber gehen wir jetzt mal durch Create a Blog. Dann gebe ich hier einen Videolink ein von einem Video von mir und zwar meinen Neuron Writer Testbericht. Dann klicke ich hier auf Create Blog, aber bevor ich da draufklicke, schauen wir uns die Optionen durch. Die Optionen, es gibt nicht sehr viele Optionen, aber die Optionen, die es gibt, die sind wirklich sinnvoll. Ich könnte sagen, Add Visuals, zum Beispiel aus dem Video oder Video Thumbnail oder eben ein Screenshot aus dem Video. Add Screenshot oder auch Stock Images. Aber ich sage jetzt mal Add Screenshot. Dann könnte man noch interne Links sozusagen, könnte man gleich sagen, okay, verlinke auf diese und diese Seite. Da kannst du dann eben verschiedene Links hinzufügen, die eingebaut werden sollen, direkt im Beitrag. Call to Action könnte man ihm sagen, dass er das noch machen soll. Und dann hätte man hier noch weitere Optionen. Also wie lange der Output sein soll. Ich sage jetzt mal 2500 Wörter oder ist egal, das schneller geht, sagen wir 1500. Dann der Schreibstil, da kann ich sagen Informal und dann First Person Singular. Dann ja das Hauptkeyword und so weiter. Dann kann man sagen, okay, Table of Contents, Inhaltsverzeichnis, das Format, zum Beispiel Summary, Interview, Listical, Product Review und so weiter. Ich lasse das jetzt mal auf automatisch. Kannst dann hier noch die Time Range einstellen, von wann bis wann er quasi die Informationen im Video nutzen soll. Ja genau, also das sind mal so die Dinge und eine Sache, die ebenfalls extrem interessant ist, um die Qualität des Outputs zu steigern und die man fast übersehen könnte, ist hier oben Enter Custom Instructions. Und da kann ich ihm noch weitere Dinge sagen. Da kann ich sagen, okay, verwende dieses Outline. Das heißt, ich kann ihm schon eine Struktur vorgeben und so weiter. Jetzt machen wir das für den Test nicht. Und du kannst dir dann diese Eingaben, die du getätigt hast, sogar als Template abspeichern. Ich habe mir hier schon ein paar abgespeichert und die dann wiederverwenden. Und nur um das jetzt, also ich klicke jetzt auf Create Blog und während er das kreiert, möchte ich nochmal kurz über das Tool sprechen. Du brauchst keinen eigenen YouTube-Kanal, dass du das Tool für dich sinnvoll nutzen kannst. Du brauchst einen Blog. Wenn du einen Blog hast und du möchtest über ein Thema schreiben, könntest du dich natürlich auch bestehender Videos bedienen, auch um Content zu generieren. Du sollst natürlich jetzt nichts kopieren und so weiter. Und auch bei Video to Blog ist es so, dass du das Ergebnis dann nochmals nachbearbeiten musst, ein bisschen feintunen musst. Das musst du immer machen. Aber das, was da eben rauskommt, ist schon mal ein so gutes Fundament, dass man daran oft nur wenig ändern muss und hat dann wirklich auch einen guten Blogbeitrag. Und der Blogbeitrag ist natürlich immer abhängig davon, wie gut das Video schon ist. Aber wenn du halt, wenn es da jetzt irgendwie ein umfangreiches Video gibt, wo wirklich alles abgedeckt wird, dann ist natürlich auch der Content sehr gut, der da rauskommt. Jetzt schreibt er immer noch, also man sieht hier, das wird hier generiert, natürlich mit Formatierungen, mit Tabellen und so weiter. Aber es geht wirklich, wirklich ins Detail und die Qualität ist wirklich gut. Also das hat mich wirklich überrascht. Ich kenne da, wie gesagt, viele Alternativen, war da nie zufrieden, hatte auch nie diesen Content Workflow genutzt, dass ich mir ein Video von mit der KI sozusagen umgewandelt habe und dann gleich daraus fixfertigen Blogbeitrag erstellen ließ. Denn das war einfach nicht zufriedenstellend. Also da war ein anderer Workflow besser, aber hier ist das wirklich eine gute Funktion, um aus bestehenden Videos Blog-Content zu generieren. Er ist hier noch nicht fertig, aber schauen wir doch in der Zwischenzeit kurz auf meine Webseite. Und zwar diesen Testbericht zu WizRite, ebenfalls ein sehr nützliches KI-Tool, das ich mittlerweile fast täglich nutze, das ich auch schon extra vorgestellt habe. Ich verlinke dir das auch gerne unter dem Video, gibt es immer noch einen Lifetime-Deal dazu. Aber diesen Testbericht zu WizRite, darauf wollte ich eigentlich hinaus, diesen Testbericht habe ich eigentlich größtenteils generiert mit diesem Tool, mit Video to Blog. Ich habe dann noch ein paar Sachen ergänzt, ein paar Sachen umgeschrieben. Der Beitrag ist jetzt auch nicht ultra lange. Ich habe da auch, glaube ich, nur Small ausgewählt und dann auch noch ein paar Informationen sogar weggestrichen, weil ich den Blogbeitrag jetzt nicht überladen wollte. Aber schau dir das gerne an auf meinem Blog, also dann kannst du dich so ein bisschen von der Output-Qualität sozusagen überzeugen. Und hier sieht man jetzt, jetzt ist es fertig. Er hat mir hier das Thumbnail des Videos sozusagen als Titelbild des Blogs hier eingefügt. Und er fügt mir dann auch vom Video immer Screenshots ein, weil ich ihm das ja vorhin angegeben habe. Und zwar immer passend, also das ist nicht random, sondern wirklich da, wo diese Information im Video war, genau von dort nimmt er dann sozusagen diesen Screenshot. Zum Beispiel hier sind wir bei Content Editor nutzen und dann hat er hier diesen Screenshot, wie ich hier quasi im Content Editor bin von Neuron Writer. Also das ist wirklich eine gute Sache, um da auch gleich wirklich sein Bildmaterial zu haben. Und dann auch hier zum Beispiel Preise, Pläne, Lifetime-Deal und dann eben genau der Screenshot, wo ich die Preise zeige. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich gewählt, weil ich hier gerade meine Zunge genau in diesem Screenshot hier leider so rausstrecke. Aber ansonsten wirklich gut. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du das jetzt einfach so veröffentlichen solltest. Du gehst da schon mal drüber und so weiter. Ich nehme auch gerne eine kürzere Länge und baue es mir dann selber noch ein bisschen aus und so weiter. Aber grundsätzlich ist das schon wirklich interessant. Und dann hat man noch ein paar weitere Funktionen. Also hier Content Analyzer, da könnte man sagen, ja wie gut das optimiert ist. Wobei das ist jetzt ohne NLP-Keywords. Also das kannst du jetzt nicht wirklich zur weiteren Optimierung verwenden. Da würde ich dir immer Neuron Writer empfehlen. Also Neuron Writer verlinke ich dir auch gerne in meinem Testbericht unter dem Video. Hier geht es ja auch gerade um Neuron Writer. Also genau das Tool, um das es hier geht, das würde ich dir empfehlen. Wenn du den Content noch weiter optimieren möchtest, mache ich jedenfalls so. Aber du könntest dann hier auch, ja bekommst hier gleich die Metadaten und so weiter. Und Promotion, da kannst du dir dann auch gleich, zum Beispiel Instagram-Post wird gleich erstellt und Facebook-Post, wenn du das gleich auf Social Media zum Beispiel bewerben möchtest, wird der auch schon automatisch erstellt. Wenn dir das nicht gefällt, der Output kannst du es auch regenerieren lassen, auch mit neuen Einstellungen. Du kannst ja das so oft regenerieren lassen, wie du möchtest. Du kannst ja auch das Transkript des Videos komplett anzeigen lassen. Also hier wäre das komplette Transkript des Videos. Und du hast natürlich hier auch noch weitere KI-Funktionen, die du da eben nutzen kannst. Du könntest hier jetzt auch ein anderes Thumbnail-Screenshot und so weiter einfügen oder einfach ein Stock-Image. Das suche ich jetzt mal nach Computer zum Beispiel, ist ja jetzt egal. Einfach mal nur zur Demonstration. Hätte hier verschiedene Stock-Bilder, die ich gleich auch direkt einfügen könnte. Also wirklich eine gute Sache. Ein integrierter AI-Content-Detektor ist auch noch vorhanden. Da arbeitet er hier noch. Ja, da wird halt überprüft, ob ein Content-Detektor das als KI generiert detektieren kann. Ich gebe jetzt darauf nicht zu viel, aber auch nice to have, dass es hier integriert ist. Ja, und das war es eigentlich mit den Funktionen von Video2Blog. Macht also nur eine Sache, aber diese eine Sache dafür extrem gut. Besser als andere Tools, die ich kenne. Und ja, vom Pricing her, ganz simpel, je höher du den Tier wählst, umso mehr Blogposts pro Monat kannst du generieren. Ich habe mir den Dreier geholt, wo ich eben 40, glaube ich, machen könnte pro Monat. Und das ist wichtig zu sagen, und ich habe es schon vorhin angesprochen, wenn dir der Output nicht gefällt, du kannst ja jedes Video so oft neu generieren lassen zu einem Blogpost, wie du möchtest. Wenn ich das jetzt von neu und weiter da nochmals neu machen möchte mit einer anderen Custom Instruction im Hintergrund oder sonstiges, dann würde mich das nicht einen Credit sozusagen kosten, sondern es wäre hier integriert. Also dann würde, auch wenn ich es zehnmal neu mache, habe ich nur eines verbraucht sozusagen. Und es gibt auch diese Revisionen, wo du dann zurückgehen kannst auf die älteren Versionen. Genau, so simpel ist das. Auch so simpel ist das Pricing. Geht hier hoch, bist hier fünf, da könntest du 200 Blogposts pro Monat in Videos umwandeln. Schau dir das auf jeden Fall an. Link zu Video2Blog auch unter dem Video. Gut, das war es mit diesen Epsomotivs-Videos. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich froh bin, dass das Video jetzt zu Ende ist, weil ich eben, wie gesagt, ein bisschen kränklich bin. Und ich merke, dass es mir da schwerer fällt, dass ich strukturiert spreche und die Infos rüberbringe. Ich hoffe, dass das Video trotzdem halbwegs ansehbar war. Ist das überhaupt ein Wort? Ich merke schon, ich rede nur Blödsinn. Okay, also wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank dafür und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere jetzt Robert Leittinger's Kanal und genieße kostenlose Tipps und Tricks von Online-Marketing, Business und Gai. Finde deinen Weg, lass dich vom Wissen führen. Oh yeah! Robert, teilt deine Einsichten, um dich zu inspirieren. Mit Robots Videos sprichst du jedenfalls. Finde deinen Weg, lass dich vom Wissen führen. Oh yeah! Robert, teilt deine Einsichten, um dich zu inspirieren. Wir kommen. Wir kommen.